Okay, wenn sie so weit sind, treffen sie bei den Schienen oben Achso, müssen wir mit dem Zug fahren Ja, nicht weit Bei den Schienen oben? Ja Ist näher Und da wo dann der Pfeil runter geht, da gehen wir runter AHHHHH Ja, man kann nicht hupfen Oh ja, man kann hupfen, man muss nur ein Volk Man muss nur... Ich bin da schlecht, dass ich... So, ja Man muss nur ein Volk nur hupfen Ist da der Pfeil runter? Nein Ja A Pfeil hoch ist Hm Jetzt ist er da, gell? Da, wo der Pfeil runter ist Na aber woher, wenn wir ein bisschen fahren? Wie sind wir da keine Liane? Wer jetzt keiner mehr braucht Geh Du siehst ja Jaja Ja Äh, weiter Robi Ja, da ist ein Planterer da Dann ist da ein Bit Da guckt man, wo wir ein wenig ausschneiden Das gefällt mir nicht, da ehrlich gesagt Gibt's ein Pfeilfalle auch? Nein Funktioniert nicht Was denn? Wo ist denn? Wo ist denn der Timer? Was denn noches das? Äh Was denn noches? Was denn noches? Versuch uns den Ja Was denn noches? Wie? Schöne Wer Was bippt? Hey, wir haben Kamana, da ist der. Oh ja. Also Kamana Lampen oder was? Ja. Shit, die habe ich auch nicht gedacht, weil die brauche ich ja nicht. Probier mit. Okay. Was ist denn das für gefrucht, der Hund? Bei dir? Was? Dominik, hast du dich schon hing... Oh nein, Hans! Nein. Ich habe zweimal gefragt. Du hast nicht zweimal gefragt. Bartzl. Was ist jetzt? Sind sie schon da, oder was? Sind sie für gefrucht? Nein, ich habe noch nicht... Ich muss drücken. Warum geht der nicht mehr auf mich los? Weißt du, wo du Schickrötenbaser hast? Ah, Schickrötenbaser. Wie viel hast du da, Dominik? Ich glaube alles. Ah, das ist doch mehr so. Aber das macht nichts. Ich schiebe einfach immer weg und schiebe es gar nicht hin. Nein, schiebe es gar nicht da, oder? Ja. 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 Da bin ich nicht. Ja. Okay. Ich komme nicht weg. Ja, die kann das sein, dass man die einfängt. Ja, kann es sein, dass wir dort voll die Ziele haben? Ja, es stirbt. Ja! Die fangt mich ein und ich komm mit dem Wasser. Ich bin weg. Ich bin auch gleich tot. Das war jetzt schief. War aber eh schon so knapp. Das hat eh schon so viel. Das war gar schief. Ja, das hat schon ausgespielt, wenn das so leicht war. Und dann hat sie sich aufgespaltet und dann ist es schwierig geworden. Ja, die hält dich fest, dann kommst du dann raus. Das hab ich noch nicht gemerkt. Weil ich bin ja nicht absichtlich zu den Herzen gewöhnt. Ich probier's einmal. Ich sehe gesehen, ob ich es bis zu euch ziehen kann. So, nix. Moment, aber wir sind noch nicht so weit. Ja, das dauert eh lang bis ich bei euch bin. Und wer weiß, ob es überhaupt funktioniert. Okay. Ah, versteinert. Was versteinert bist du dann? Okay, ich will ein bisschen gleich fort gehen. Okay, ich will ein bisschen gleich fort gehen. Oh, da bist du aber weit am Weg, ich esse euch gleich fest. Von hinter dir ist es. Ich kann nicht auf einen anderen Kaffee verlassen. Oh mein Gott, ich muss den ganzen Weg wieder haben, wenn er dann... Hast du kein Spiel da, oder was? Wenn du spielst, dann landest du da über der Renner. Ach so, ja, wegen dem Beat, gell. Ja... Stefan ist schon am Weg. Aber jetzt wird's schwierig, Stefan. Da geht's die Schächse, die du oft aufhören musst. Hans, wenn der Stefan da ist, dann ist die eine... Dann gehe ich ja eh so auf die Hälfte runter. Da kämpfst du die ganze Zeit mit ihm. Nein. Ich konzentriere mich los. Oh, der kommt gleich, der kommt gleich, pass auf, Hans. Ich hab schon geschnitten. Aber ich mach's dann nur mal. Ah. Rein, gerne, Hans. Oh, jetzt wird's geil. Ah, das ist eh brautbar. Super gemacht, Stefan. So, ich hab' gewidrig. So, ich hab' gewidrig. Weiß' vielleicht, warum? Wohchen, die Rangten auch schon mal überlegt, ich weiß gar nicht. Glaub' schon. Wohch, was können wir denn da für rote Dinge mit tun? Dann ja von ihr. Ich muss dann eigentlich vor dem Einsatz immer eine Besprechung machen. Da ist nur ein gewissen, 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 sehr genannt worden. Na! Ich kann nicht nur sagen, aber ich kann nicht nur sagen. Ich kann nicht nur, dass ich mich hier verletzen kann. Ich kann nicht nur sagen, dass ich immer wieder in den Schiffung bin. Ich kann nicht nur sagen, dass ich mich hier verletzen kann. Wenn ich jetzt vor dem Schiffrefer, vielleicht auch noch nicht erwartete, um dann noch etwas zu tun. Ich kann nicht nur sagen, dass ich einen Schiffrefer. Scheiße. Du fucke, wie du ein Mann hast. Okay, komm wieder raus Okay, das gibt's nicht Mach nix, du weißt nicht wie ich abdrehen kann Hä? Mach nix, du weißt nicht wie ich abdrehen kann Die greift immer mich an Mach nix Waa Ich schildere immer Mach nix, überlebe einfach nur ist das wichtig Du überlebst das nicht Überwachst du natürlich Der Dominik, du musst jetzt schon natürlich Ja, die Wahrscheinlich jetzt auch Haben wir's? Cool Yes Ein Platin, sieben Gold verloren Oh Ja, das ist ja Ja, das ist ja Ja, das ist ja Das ist ja